Auf der einen Seite ist die Frage, wird die Notenbank jetzt wirklich die Zinsen nicht weiter erhöhen? Eins ist ja auch klar, diese Pleite dieser beiden Banken wurde jetzt ausgelöst durch die Zinserhöhung. Das, was wir immer gesagt haben, steigende US-Zinsen werden den Zusammenbruch auslösen. Genau das, was hier passiert, das ganze System krackt und kracht, überall Risse und das sind jetzt so die ersten Säulen, die kippen, die wir dann sehen. Das ist absehbar gewesen und das ist die Konsequenz der Zinserhöhung. Das wussten die Notenbanken auch, dass das kommen wird. Also ist die Frage, werden Sie jetzt nur hier eine Stabilisierungsmaßnahme in einzelnen Teilen machen? Wie gesagt, bei hier einer Bank, wo es um wichtiges Klientel geht. Oder werden Sie jetzt wirklich ein Pivot machen, eine volle Kehrtwende und sagen, okay, okay, Entschuldigung, wir haben einen riesen Fehler gemacht. Wir werden die Zinsen nicht mehr erhöhen, das war ganz blöd. Wir werden die jetzt bald wieder senken. Wir machen jetzt erstmal eine Pause und dann senken wir die. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen.